Was passiert was? Wir zeigen den verlogenen Pennern zwei Stunden lang, was Todesangst wirklich bedeutet und dann sind wir wieder weg. Die Aktion wird der Knaller! Und heute, an diesem Abend. Ein Abend, der Ihnen hoffentlich allen in... Wird einer von Ihnen sterben. Honig ums Maul geschmiert und dann Stück für Stück die anderen alle auf seine Seite gezogen. Ich... Ich habe Holger noch überredet hierher... Hey! Na? Wie sieht's aus? Unverändert. Konzentrieren! Konzentrieren! Ist beendet. Alle Kräfte evakuieren die Geiseln aus dem Gebäude. Konzentrieren! Konzentrieren! Konzentrieren!